Da lag noch eine Patrone. Hier ist doch nichts mehr, oder? Ach, na bitte. Woher Bilder denn? Das ist nicht wirklich zu helfen. Aber mir war kalt. Ist noch irgendwas? Nein. Dann gehe ich mal hier durch. Hm. Aber ich will noch mal gucken. Weil. Hier war ja auch noch so eine kleine Note. Herr Wasser. Keine Ahnung. Nutze ich einfach mal. Wow. Hier war auch noch eine kleine Note. Pizza in the fridge. Okay. Hier ist dann nichts mehr. Lass mal was. Okay. Hier ist noch eine Wand. Oh. Ich weiß nicht, ob man das gerade eben gehört hat, aber mein Handy hat gerade eine SMS gekriegt. Die haben mich so erschreckt. Und da, ja, das war der Song von Metal Gear. Wow. Huh. Ach du Scheiße. Wäre jetzt ein bisschen später gekommen, hätte sogar perfekt gepasst. Hey! Leave me alone! Hey! Go, 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 go Nein! Komm schon! Was ist das für? Oh! Oh, yo! Oh, yo! Oh, yo! Hey! Hör auf, Bigby. Wir sind hier auf der gleichen Seite. Du... Scheiße! Ich schraue mich nach dir. Warum... ...wenn du du? Was? Warum du du du? Warum? Weil du mich schraubst! Was soll ich machen? Ein Mann ist tot. Ich weiß, wie es aussieht, aber ich hatte nichts zu tun mit dem. Dann wer ist tot? Schau, ich habe ihn nur gefragt, ob die Frau. Das ist alles. Als ich sie zu erzählen war, er hat mich erschreckt. Ich dachte, jemand hat ihn gesagt. Wie soll ich wissen? Scheiße. Der Mann schraubt sich direkt vor mir. Ich kann ihn nicht aufhören, Mann. Du schaust für den Woodsman, nicht wahr? Ich weiß, wo er ist. Mein Mann sagt, er ist auf der Trip Trap. Wir können da hin, jetzt gehen. Wir beide. Meine Arbeit ist auch zu fragen. Ich kann ihm ein paar Fragen, auch. Um... Hmm... Wer ist dein Job? Ich kann dir das nicht sagen. Es ist confidential. Entschuldigung. Ich bin sicher, dass du verstehst. Nein. Ich kann nicht sagen, dass ich das mache. Komm schon. Du kommst mit mir. Das könnte einfach sein. Oh, keine Angst. Es ist immer so. Komm schon. Dumm. Dumm? Ja, es ist. Look, es wird viel einfacher für dich. Nein. Ich bin D. Dumm. 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 Das ist wo wir gehen. Ich werde den Cab. Okay. Depending on... Blablablablablabla Was open? Ich weiß, es ist noch früh, aber ich fühle mich einfach ein Schritt nach hinten. Ja, es bürnt. Meine Fresse. Halt die Fresse hin. Ich glaube, der Mann hat wahrscheinlich das gemacht. Nach dem alles, was wir gesehen haben? Es gibt noch viele Fragen. Wir finden den Wald, finden wir, was er kennt und gehen von dort. Das macht Sinn. Das ist wahrscheinlich der beste Weg. Danke für deine Hilfe. Es ist nichts. Ich habe nur... Ich habe nur noch nie gesehen. Es sieht alles aus heute aus, es gibt Fäbeln, die besser sind als ich gedacht habe. Wir bezignt so viel Vorberein zu den Wodlands. Wir vergessen, dass es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir müssen sich um... ... zu... ... zu... ... zu... ... zu... Entschuldigung. Ich wünschte, dass noch mehr wir tun können. Das ist nicht so, wie ich dachte, es wäre. Aber Crane läuft Sachen seine eigenen Weg. Um, es ist ein bisschen zu tun. Das ist alles, was jeder kann tun. Obviamente, du wirst nicht wissen, was ich jeden Tag machen. Jetzt bin ich die Tür, um sicherzustellen, dass keine von diesen Schlepperns-Geräusern sind, wie er sagt, sie verraten, seine Zeit. Wir werden es verraten. Ich weiß nicht. Es ist nur ein verraten System. Die Fables, die in die Tür durch die Tür, wie Bluebeard, haben wir alle Zeit in der Welt für sie. Sie versuchen, in die Tür vor der Tür, durch die richtigen Kanäle, für alles, die Hilfe brauchen. Also, ich habe dich weg. Ich weiß nicht. Jetzt sind die Dinge besser als vorher. Das wäre nicht wahr. Genau, wir haben es besser. Aber nicht mit sehr viel. Vielleicht ist das nicht für mich. Ich glaube, dass der öffentliche Service war ein wunderschaubend. Eine Art, um zu helfen. Du wirst es herausfinden. Du bist besser als ich mit diesem politischen Thema. Das ist nicht so viel zu sagen. Ich glaube, dass du die richtige Entscheidung machen kannst. Ich hoffe, dass du richtig bist. Vielleicht sollte du das machen. Ja, vielleicht sollte ich. Bigby. Ich... Ich... Just be careful. Please. Okay. Keine Worte. Das wird Ende sein. Ich hoffe, dass du. Au. Okay. Ja. Was willst du, Sheriff? Come on. Nein, vielleicht. Ich weiß nicht. Aber ja, er ist nicht hier in einem Moment gewesen, wenn er überhaupt hier war, was... ich weiß nicht. Er sagt dir, wann zu Klappen zu? Nein. Und er sagt mir nicht, wann zu dir zu klappen. Ich lasse mal zu dem hier. Komm schon. Habt ihr die Waldschmerzen gesehen? Ich weiß nicht, wer das ist. Großartig, Beard, Flanel, ein bisschen wie eine Scheiße. Hard zu erinnern. Sicher, dass ihr ihn nicht wisst. Ok. Okay. Okay. Okay, ich weiß, was Sie. Sie sind Klappen. Ich weiß, wie sie sind. Ich versuche, warum jemand das alles zu kaufen. Ich brauche das. Jetzt spielen wir? H. Well, that'd be you, Holly. So, who's W.D.? No idea. Because it's also the first letter in the name... Woodsman. Yeah, I get it. If you're not playing, you don't mind if I, uh... Okay. Was gibt's hier noch? Nichts, nee, nichts, nichts. Oh, warte. Hier sind noch so ein paar Zettel um den Boden. Unter der Wand. Und da ist auch nichts. Wie es auch sieht. Ich seh's mir jetzt mal neben den. Ist hier noch wat? Hm. Ah. Born of Mio. Hora? Bäh, Matchbook. A lot of these walk out the door? Yeah, it's called advertising. Get a refund? Fuck you. Award's getting out. Get a refund. I just want to see you. Half empty glass. Who's is that? Someone who left. Du weißt es ganz sicher, aber ich setz mich jetzt, oh, der Woodsman. Ist er irregulär? Ich weiß nicht, wer du sprachst. Der mit dem schwarzen Kopf und dem Beard. Ich habe ihn nie gesehen. Ich habe ihn nie gesehen. Viele Stühle in diesem Ort. Aber es gibt nur einen neben dir. Du? Willst du etwas kaufen? Oder bist du hier für meine Kunden? Du weißt, was ich bedeutet. Gib mir ein Midas Gold. Willst du eine Lime?